Begrüßen Sie Senator Gil John Biggs aus North Carolina. Genießen Sie Ihre Tour. Ich spiele Gil John Biggs, Senator von North Carolina. Das werden wir ihm heimzahlen. Er ist ein former Basketball-Coach. Zwei volle Jahre ungeschlagen, elf Liga-Titel und zwei nationale Meisterschaften. Er ist ein Leader. Indem du Furchtlosigkeit und Tapferkeit über die Pflichterfüllung hinaus beweist. Der Einsatz deines Lebens. Er machte sich ein Statement, was er wirklich glaubt in. Erinnert ihr euch an den alten Gil John Biggs? Er ist wieder da. In Season 2, er muss eigentlich raus und die Pflichterfüllung sein, damit er in der Pflichterfüllung bleiben kann. Senators leben in einer Welt mit einer permanenten Kampagnen. Das war nicht der Founder's Intent, als sie ihm sechs-jährige Terme gegeben haben. Aber das ist so, wie es sich entwickelt hat. Lile, mein Junge! Gil John didn't have to lift a finger to get elected the first time. Jetzt hat er gefunden, dass es in der Pflichterfüllung ein bisschen trickier ist. Welchen Sitz hast du da im Auge? Ich kandidiere für ihr. Sie undankbarer kleiner Judas! Oh! Was ist Biggs? Was ist Mrs. Biggs? Mrs. Biggs? Maddy? Maddy? Wo steckst du? Maddy is definitely Gil John's sanding board. But even when she's not there, she's back in North Carolina like running their lives. Was ist denn, Maddy? Gil, hast du schon gehört, was Charlotte getan hat? In season two we get to meet more of Gil John's family. His daughter returns as the star of a reality show. Macht euch gefasst auf ein Bonus-Drama. And that complicates his life enormously. Gehen Sie in die Halle und betetigen Sie den Freihalarm. Ich bin beeindruckt. He misses the way people used to be able to reach across the aisle, what he calls old-style politics. Gil John's a Republican from a more mainstream time. And now he has to accommodate a very strong strain of radical conservatism. Peg, wir sind im selben Team. Bitte denk das nie wieder. He wants to stay elected because he likes the perks. 16-jährigen Scotch Zigarren. Und zwar gute. VIP Lounge, großes Catering Buffet. Aber selbstverständlich nur, wenn dabei kein Interessenkonflikt vorliegt.